Und die 42 setzt sich direkt hinter seinem Bruder. An der Spitze die 57, dann die 41, die 71, die 42, die 8, der Belgier. Dann kommt die 165, jetzt geht die 42 auf Platz 3. Beide Brüder, meine Damen und Herren, vorne auf Platz 2 und 3. An der Spitze die Startnummer 57, der Mann mit den weißen... ...dann kommt die 171, 188, 28, 28, 147, 302, 33, 6, 3, 108, 43, 20, 14, 12, 129. Ja, da kommen Sie alle vorbei. Ich muss auf die Spitze mich konzentrieren und gebe ab von meinen Kollegen. 251, 41, 245, 21, 7, 8, 19, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 10, 20, 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 21, 20, 20, 20. 165, 233 dames en heren. Die strijd is volkomen ontramp. Und als je mit u kijkt, kijkt u mee naar de enorme strijd. Die hier ontrampt ist voor het Nederlands kampioenschap. Waarom dit moment van de lachen... ...den we de Router 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 Router. Aber da kommt die! Die Leiters in Rotterdam. 42 auf der derde plaatsen. 70. Nummer 21. Nummer 28. 302. Aber an der Seite, dames und heren, wird er schrecklich gejagt. Und es ist so, dass auf diesem Moment da in die Schicksal in die Kopf kommt. Sie kriegen auch Probleme. 70. 41. Nummer 42. Die Leiters in de derde plaatsen. 81. Nummer 28. Die Leiters in de 20 ronde te gaan, dames heren. En de Kopfhund. Wie je het kunt zien, is het als de 50. Maar daar vlak achter, daar vlak achter, dames. En dan die op dit moment. Die Leiters in de blaas, de Schicksal in de Kruijs. En dan 40. Dan hebben we nog twee. Dan hebben we nog 40. Und die Berrie. En dan 118. En dan 118. En dan 118. WeJar. En dan infant Turkey. Tim direct. WeJar. Waase. Hoze nuorseln. Do not loop. Du ruisуем2. Dann kommt auf Platz 4 die 81, dann holen die 71, dann die Belgier mit der 8, dann die 98, so geht das Fölz-Gewalt-Startungsziel vorbei. Und Angefochteren, immer noch an der Spitze, Startnummer 57, dann die 41, dann kommt die 87, 41, 42, und jetzt müsste die 81 kommen, da kommt er, die 81, dann die 71, da müsste der Belgier kommen, hinter 8, dahinter die 28, dann die 33, ste Parlament 100Z oder corner oder � der 50, wieder einfach an der Spitze gehen wie bitte très. Mal ride dames heren, der Flam sudsel von Velendor, die ist derid니est Bierans zu Hause, dann die liegen niedrig, die Kempen die 87, 41, 42, 42,40 Die waren diebare drei, die Dat hele rendeze bist, soir waarschewel, den direktur Da haben wir noch 75, 302, 12, 155. Und wir schauen, dass wir hier vracken sind. Ja, 57 auf der ersten Platz, aber Droog probiert es. Und die Herren bekommen besonders viel Angst. Die müssen eben ein Wettbewerb geben. Gelegt auf der ersten Platz. Tussen Van der Ende. Und Droog. Tussen 41. Das ist in vollen Gang. Und dann sieht er weer, dass das alles geht. 20 hoch zu machen. Und dann reiden sie sich auf dem Moment hin. Oh ja, sie sind jetzt mit einem Wettbewerb. Sportbord nach Sportbord. Die müssen sie eben inhouden. Ah ja, und dann kann ich eben nach Fount gehen. Want da war es inderdaad Zwart van der Ende, Dames und Heren, aus Poeldijk. Die moesten eben langzamerhaken. Wettbewerb. 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 Auf der zweiten Platz ist es noch immer wieder drog. Nummer 41. Und Droog. Nummer 21. Unrundschandau. Nummer 21. Ja, ein von der Reiters in der Valk. Das war jammert. Ei, 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 ei. Ein von der Reiters in der Valk. Und das kostte inderdaad sowas. Unser Freund Droog. Start Nummer 41. Die konnte er nicht ontwerken. Wat ist hier spektakulär. En das geht auf und auf. Ja, mit wie viel Schammerung geht es hier? Ja, es gibt ja schwere Waren hier gedreht. Und da kamen die beiden Spitzenreiter. Einer bieg recht, einer links aus. Und da reiten wir wieder. Die 57 und die 41. Links der andere. Jetzt ist die 41 vorne. 41. Und die 200 vorne vorne. Schwierigkeiten für die 57. Beide Brüder, meine Damen und Herren. Die Brüder führen das Rennen an. Ja, wer hätte das gedacht. Die Startnummer 41. Und die 42. Und die 1 und 2. Dann die 47. Startnummer 81. Nein, er ist nicht mehr dabei. Die Startnummer 81. Dann beginnt er mit der Startnummer 41. 42. 57 ist auf. Damit sind die beiden Brüder ganz klar vorne. Und auf Platz 3, meine Damen und Herren. Da liegt jetzt die schwarze Waren. Mit der Startnummer 71. Vierter, die Startnummer 8. Der Podium. Die Startnummer 44. Und ich gebe wieder zurück. Werdere Damen und Herren. Okay, es sind die Brüder. 41 und 42. Und die 57 in de vorge an der Roadrun. Die Wagen auf der Biddertrein muss sturen. Und beschränkt die Wagen an der Koch. So von hier uitgezien. Aber in jeden Fall, die beiden Brüders. Die beiden Brüders, dames und Herren. Die Grootse Garenboden. Startnummer 41. 42. Auf der 1. En der 2. We gaan eens even kijken. Want het zijn op dit moment... ...de Brüders in de Basis. Daar komen we. Startnummer 41. Startnummer 41. Startnummer 42. Nummer 42. Zijn broer. Nu gaan we kijken. 302. Nummer 6. Maar het derde man, die moet nog komen. Even kijken. Daar zit ie aan te komen. Met toch wel een groot afstand. Want er is zo verschrikkelijk snel gegaan. Daar in de Kochgroep. Daar komt ie, dames heer. Daar komt ie, dames heer. Dan op de vierde plaats. Dan op de vierde plaats. En zijn broer. En dan is Piet. Ook uit de Moschouwoude. Nummer 42. Op de tweede plaats. En we hebben kunnen zien inderdaad. Dat is de man die de meeste punt heeft. Voor het Nederlands kampioenschap. Van de Rende uit Poeldijk. Dat is waar. Dat is eigenlijk ook heel goed. Vanwege het. Kom kunnen we. Daar hier 41. Wederom. Dan hebben we 42. 28. Zit er ook goed bij zijn. En aan de overzijde. Zie we daar startnummer 71. Die is op de derde plaats. Op dit moment gekomen. Dat is Knouwer uit Wielig uit Duitsland. Knouwer uit Wielig uit Duitsland. Die op dit moment op een derde plaats rondrijdt. Zij het dan met een behoorlijke groot afstand. Maar hij wordt op dit moment op zijn huid gezeten. Die graag die derde plaats. En wil graag van die vierde. Na die derde plaats. Na twee ronde te gaan. Ja. En dan. Die Startnummer 8. Die Startnummer 8. Die Startnummer 8. Wurde bereits von nem Spitzenreiter überrundet. Die Startnummer 41. Die Startnummer 41. Eine Runde. Schneller als der der vierte plaatsierte. Ja. Das sollte man nicht glauben. Und da kommt die Startnummer 41. In die letzten zwei Runden. In die letzten zwei Runden. Hier kommt der vierte plaatsierte. Der zweite. Die Startnummer 42. Auf Platz 2. Dann die Startnummer 71. Der schwarze. Der wird jetzt auch überrundet. Der liegt auf Platz 3. Wird überrundet vorm Spitzenreiter. Der drittplatzierte wird überrundet. Gleich von dem Spitzenreiter 41. Und da kommen die Autofahrer nach vorne. Die letzte Runde. Für die 41. Der wird überrundet vorm Spitzenreiter. Hier kommt der zweite. Der überrundet für den Belgier. Der auf dem vierten Platz liegt. Ja, das ist schon wirklich eine Leistung. Von diesen beiden Brüdern, meine Damen und Herren. 41 und 42. Sie haben den dritten und den vierten überrundet. Das ist eine ganz tolle Leistung. Und da kommt der Gewinner. Die Startnummer 21. Der erste von den großen. Da kommt er. Er ist holländischer Meister. Der Startnummer 2. Der ist weiter. Und da oben dreht sich. Der fünftplatzierte. Die Startnummer 28. Wir warten aber auf den dritten. Der ist die Startnummer 1. Und vierter. Die Startnummer 8. Der Belgier. Und fünfter. Der ist nicht mehr angekommen. Da oben steht er. Die Startnummer 28. Und für die Gewissheit. Für die holländischen Zuschauer. Noch einmal. Ich mach 41, 42, 71, 88.